Heute tauchen wir in die Welt der Gartengeräte ein und widmen uns der Scheppach BKS 5300S Benzinkettensäge, einem interessanten Modell für alle, die Wert auf kraftvolle und effiziente Werkzeuge legen. Ob sie hält, was sie verspricht? Lass es uns herausfinden! Die Scheppach Benzinkettensäge ist ein echter Allrounder für verschiedene Sägearbeiten. Besonders beeindruckt hat mich die hohe Schnittleistung, die bei der Arbeit richtig Spaß macht. Der durchzugsstarke Motor sorgt für die nötige Power und dank des Pro-Cut-Systems gleitet die Säge durch Holz, als wäre es Butter. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Antivibrationssystem. Man merkt kaum, wie die Säge arbeitet, was gerade bei längeren Einsätzen Gold wert ist. Kein Kribbeln in den Händen, keine Ermüdung. Einfach klasse! Die automatische Kettenschmierung ist ein weiterer Pluspunkt. Man muss sich keine Sorgen machen, dass die Kette trocken läuft und kann sich voll und ganz auf das Sägen konzentrieren. Das werkzeuglose Nachspann der Kette ist dabei ein echter Zeit- und Nervensparer. Die Kombination aus dem starken 53 cm³ Zweigtakt-Benzinmotor und dem hochwertigen 18 Zoll Pro-Cut-Schwert ermöglicht es, selbst größere Bäume problemlos zu sägen. Die Schnittstärke von 44 cm macht die Säge extrem vielseitig einsetzbar. Ob Brennholzsägen, Bäume fällen oder entasten, die Scheppach Kettensäge macht alles mit. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Der robuste Krallenanschlag gibt einem beim Sägen ein sicheres Gefühl und die Kettenbremse, die im Falle eines Rückschlags blitzschnell reagiert, ist ein echtes Sicherheitsplus. Insgesamt ist die Scheppach Benzinkettensäge ein starkes Stück Technik, das in Sachen Leistung, Komfort und Sicherheit kaum Wünsche offen lässt. Ideal für jeden, der zuverlässiges Werkzeug für die Gartenarbeit oder Waldarbeiten sucht. Nachdem ich mir die Erfahrung echter Nutzer angesehen habe, hier die aufschlussreiche Zusammenfassung. Nachteile Etwas schwer Ölfluss zu gering Vorteile Gute Handhabung Schneidet feste Stämme Top Preis-Leistung So, das war's mit unserem Blick auf die Scheppach Benzinkettensäge. Falls du jetzt neugierig auf den aktuellen Preis bist, schau einfach in die Videobeschreibung. Da findest du alle wichtigen Links. Deine Meinung interessiert uns brennend, also zögere nichts in den Kommentaren zu teilen. Und wenn dir das Video gefallen hat, wie wäre es mit einem Abo für unseren Kanal und einem Daumen nach oben? Vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit du keine neuen Videos verpasst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal!